Und so Zeug. Was ist denn ein Named Fist, ein Claw? Der hat übrigens auch noch ne... Ja, der gehört als Waffe da rein, okay. Ne Mütze fallen lassen. Wer? Der Typ hat da auch noch ne Mütze fallen lassen, hab ich gerade gesehen. Die hab ich aus Versehen schon aufgehoben. Ne Mütze? Ja, die ist ziemlich gut. Was ist denn das für ne Mütze? Ein Soul Shaste Rusted Coil. Macht 23 Armor, 9 Energy Shields, Plus 9 zur Armor, 1.1 Life Regeneration Per Second. Brauchst du die? Ja, ich hab im Moment nur gar keine Mütze auf. Ich hab ja nur diesen Bane in der Claw. Achso, ja, dann hau sie rein. Wenn du sie nicht brauchst. Ja, ja. Nehme ich sie aber gerne. Hab dann noch einen. Scale West. Was brauchst du eigentlich für Waffen? Ich brauch Scepter. Scepter. Und du brauchst Stäbe. Ne, ähm. Wands. Wands, ne? Ich find kaum Wands. Boah, ich hab so viel unidentifiziertes Scheiße hier rumfliegen. So, dann hab ich, äh, ja, ich hab die zwei Sachen, die der gedroppt hat, hab ich gerade mal identifiziert. Also zwei von denen. Was macht dein, was macht dein Gürtel sonst auch außer 22 Physical Increased? Nichts. Nichts? Nichts. Meiner, also, meiner macht nur 15% Increased Sun Duration on Enemies und 12% Increased Flask Mana Recovery Rate. Das ist schön. Willst's haben. Ja, aber dann hast du ja keinen mehr. Ich hab einen Gürtel, der ist sowieso besser für mich, der andere. Achso, ja, dann gib mir den, dann kriegst du den dafür wieder. Ich brauch keinen Physical Damage hier, das war ja nicht. Dann, äh, wo hast du den? Der liegt hier, nimm mir. Äh, ah, da. Ja, super. Ähm, ich hätte hier dann noch diese Brustplatte. Die hat einen, äh, Slot drauf und macht 11% Armor und Evasion, 1,6% Life Regeneration pro Sekunde und 7% Increased Stun Recovery. Ein Armor? Ja. Leg mal ab. Da kannst du dir auch. Ansonsten, wenn du sie nicht brauchst, nehm ich sie gerne. Brauchst du die? Also, ich hab, ich hab diese andere normale Chain West gehabt, die war schlechter, deutlich schlechter. Ich hab halt so eine etwas, ne, etwas verbesserte, aber nicht so richtig verbesserte. Nimm nach. Ich hab ja den Helm genommen. Von daher. Bastard. Dann haben wir beide was davon. Okay. So. Ich hab hier immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidentifizierte Sachen rumfliegen. Scheiße. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5. Unidentifizierte. Hier liegt noch dieser, achso, den möchtest du nicht aufheben, dann nehm ich den wieder auf. Da war noch dieser, ähm, den Gürtel, den, du hattest mir ja ein Gürtel gedroppt, da hab ich dir den anderen für hingelegt. Aber den hab ich dann jetzt mal... Hier liegt noch ein Zepter. Ähm... Medium Life Flask. Ähm, oh, da ist ein Zepter. Und ein Nailed Fist. Was ist denn das? Nailed Fist? Keine Ahnung, es ist ne Waffe, glaub ich. Okay. Kann ich nicht mehr aufheben, kein Platz mehr. Dieses Zepter macht, äh, Quality 11, 8 bis 11 Schaden ist deutlich besser als meins. Dann... Aber hat nur einen Slot-Dragut. Ich hab noch genug frei. Nehmen wir den mal da runter, packen den da drauf, das Zepter dahin. Den runter und packen den mal da hin. Hier liegt noch ein Zepter. Wo jetzt? Oh mein Gott. Äh, da haben wir noch einen... Oh, das ist vielleicht sogar noch interessanter. Ne, das andere ist interessanter. Aber ich verkaufe es dann einfach. Und ein... Was ist das denn? Ah, ich hab keinen Platz mehr. Ein Schild. 19... Komm, hau ab. Was ist das ein Schild? Hier liegen Schilder rum. Wo liegen Schilder rum? Naja, hier. Achso, Tower Shield, ja, das hab ich abgeschlossen. Ne, da lag noch ein anderes. Äh, ein Twig Spirit Shield. Ein blaues? Ne, ja, hat eine blaue Schrift drauf. Ah. Uninteressant. Eine Simple Rope, ein Glass Shank. Nope. Ja, das ist auch uninteressant. Aber ich nehm's mit und verkauf's. Wo bist du hierhin? Hier hinten. Oh oh. Oh, hier ist schon geil. Und noch ein Zepter. Ein blaues. Ja, geil. Ja, hier liegt ein Blaues. Zepter. Ja, das ist nicht mehr gleich. Das kämpfe ich hier erst mal Zepter. Ich hab hier ein blaues Zepter gefunden. Unidentifiziert allerdings. Ja, das nehm ich gar nicht mehr. Oh, wie ist das? Was werf ich denn dafür mal weg? Dafür mal. Ich will das mal weg. Wo ist denn das jetzt? Das liegt doch da noch. Ja, 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 schon gut. Ich hab's. Willst du das nicht anzeigen, oder was? Doch. Aber bei den ganzen Sachen, die da jetzt teilen sind. Und da liegt schon wieder so ein Nailed West. Was auch immer das Nailed West bringt. Drei Lifeguards. Ja, das ist irgendeine Waffe, aber... So, da muss bitte das hin, das da. Das dort, das dort, das dort hin. So, ich muss jetzt mal eben hier gerade... Jetzt geht wieder die Stapelei los, ey. Also, das Zepter, das hat weniger Schaden als das andere. Dafür 10 Kälteresistenz. Kannst du mal gerade... Danke. Äh, 10... Oh, das ist jetzt... Du hast die hier aber... Hast du das Zepter identifizieren können? Ja. Ich hatte noch ein paar Schriftrollen vorhin gefunden, als du, äh... Ja, rausgeflogen warst. Die hab ich dann jetzt mal benutzt. Was haben wir denn noch? Hier haben wir noch eine Robe, eine normale... Das ist... Das sieht alles nach nix aus. Ja, da ist ja noch ein normales Zepter-Schuh. Wie viele, äh, Scrolls auf... Ich frag mich echt, ob dich das lohnt, das alles zu identifizieren, bevor man's vertickt. Wahrscheinlich schon. Ich hab jetzt noch eine. Ich hab auch noch eine, aber ich hab immer noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die gleichen Sachen unidentifiziert wie vorher. Nichts weiter identifiziert. Sieben unidentifizierte Dinge hab ich hier rumfliegen. Komm mal her, hier sind, äh, unidentifizierte gelbe... Chain Boots. Da ich den gelben Helm gerade gekriegt hab, dann guck dir mal die Schuhe an, ob die für dich interessant sind. Dann identifizier ich die mal. Plus zwölf Intelligence, ja, die sind sogar sehr gut. Eben, sowas würde ich dann auf jeden Fall identifizieren für dich. Increased Armor und Energy Shield, Increased Sun Recovery, neun Armor. Ja, das nehm ich mal. Mach das mal. Ah ja, hier geht's wieder raus. Ich glaub, wir haben's jetzt alles. Ich würd noch mal einmal durch die Mitte gehen. Äh, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir alles haben. Weil? Ähm, also zumindest alle Monster besiegt. Weil das uns angezeigt wird. Die Quest ist beendet. Aber hier ist kein Travel Point, oder? Ist hier ein Travel Point? Nicht, dass ich den sehe. Aber ich hab hier in der Mitte auch noch nicht alles aufgedeckt, muss ich sagen. Ich geh jetzt gerade nochmal rum. Das, äh, ganz in der Mitte kannst du nicht aufdecken. Da kommst du nicht rein. Ja, bin ich schon, hab ich schon gemerkt. Was sagt denn der, was sagt denn hier der, ähm, wo finde ich denn den Charakter? Ah, hier, da ist übrigens dein Charakter, der wird dir, ah, du, über C kannst du dir deinen Charakter anzeigen, wie viel Stärke und Defense und so du hast. Äh, äh, hast du bei den Mudflats irgendwo nen Travel Point gefunden? Ähm, ich muss jetzt gerade erstmal gucken, wo ich denn mir das anzeigen lassen konnte. Welches Window war denn das? Das, das, da, da, da. Challenges, aha, okay. Das ist da, das ist da, das ist da. Da, auf, äh, uh. Kannst du dir die, äh, anzeigen? Ja, ja, aber hast du ein, im Fatted Pool, hast du da nen Travel Point gefunden? Ähm, the Fatted Pool, hab ich, müsste nen Travel Point sein, der ist bei mir auch blau. Wie, wie bitte? Da, wo du gerade bist. Nee, kann ja eigentlich nicht. Hier ist kein Travel Point, nee. Und was ist mit bei Mud irgendwas? Ich komm jetzt erstmal raus. Hier, wo...